Hallo, willkommen bei Teenie. Ja, jetzt ist gleich gut, gell? Dürft ihr raus? Ja, jetzt seid ihr gerettet, gell? Guck mal, das Baby. Guck mal, ist denn das ein neues Baby im Teenieland? Ui, Romano ist so lieb, gell? Du bist so feiner Pupp, Romano. Mami kommt gleich. Estreya, ist ein Sternchen auf die Stirn, nennen wir dich Estreya. Ja, der hat über dich gewacht, der Stern, gell? So ist fein. Da hast du dein Baby wieder. Aufregend heute, gell? Der erste Tag ist immer ein bisschen anstrengend. Ui, was hast denn du da, Feines? Ja, toll. Ui. Guck mal da. Hutz, 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 Babys, komm. Ja, du Gute, du Gute. Ja, so süß. Ja, du Gute. Fein gemacht. Fein gemacht. Gut. Oh, ist das bei Tini toll. Ja, was gibt's denn da? Nee, die Kamera. Hier, sitz, 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 komm. Da, guck mal. Oh, ja, super. Komm. Komm. Du bist ein baffer Hund. Ja, du bist so gescheit, Estreya. Zeig mal dein Sternchen. Oh, duip.